Wir spielen Ashen, wer hätte es gedacht, tatsächlich mal nach einer ziemlich großen Weile. Irgendwie. Glaube ich. Naja, okay. Ich bin prinzipiell drin in Ashen und du? Ich bin auch drin, ja. Welche Dinge machen wir jetzt nächstes? Welche Quest? Ich habe gerade gesehen, und zwar bei Worsa, bei den Nebenreisen, die kann ich abgeben bei mir. Kannst du die auch abgeben? Also Berg heißt die Quest? Nee, Worsa ist Federland bei mir noch. War da nicht irgendwas, dass ich dort verreckt bin? Ich sehe dort jedenfalls diesen wunderschönen Stein mit den Seelengedöns da, dass ich dort ja schon einen wundervollen Qualvollen Tod hatte anscheinend. Ich gebe mal die Quest ab, dann schaue ich mal, dass ich bekomme. Wie heißt die bei dir? Klarheit. Reise beendet, Berg. Neu, Reise aktiv, Klarheit. Okay, da hast du schon abgegeben und ich nicht, okay. Okay. Wir müssen auf jeden Fall zum Kahl anwesen. Das ist dort, wo die Klarheit auch ist, also ins Federland, weil dort sind meine Seelen. Die würde ich gerne wieder haben. Gehen wir jetzt hin? Oh, ich habe Knacken in den Speer bekommen. Nice. Gut, ich bin am Reisen. 30.000. Mhm. Das heißt, wir gehen zum Bronzen in den Sumpf, ne? Ja. Eine Idee, was ich mit den 30.000 machen könnte, oder? Ähm, im Prinzip kannst du gucken wegen den Skills. Du kannst dir zum Beispiel diese Schadensreduktion holen, die ich auch habe, dass manche Schläge keinen Schaden machen. Das kostet 10.000 zum Beispiel. Das ist in dem Haus drin. Okay, ich suche es, warte. Mhm. Also in dem großen Haus da. Mhm. Heuscher-Laterne. Hey, warte mal, hier ist eine neue Laterne. Lafyrische Laterne. Die habe ich schon, ja. Lohnt sich die 16.000? Ich habe sie noch nicht getestet, ich glaube aber nicht, ne. Dann lasse ich es erst mal. Auch, damit sie schon sexy aussieht. Mhm. Du hast sie doch bestimmt auch noch gekauft, weil sie gut aussieht. True. Und auch, weil ich nicht wusste, weil ich mir ganz ein Geld machen soll. Weil die ganzen Skills, die haben wir, habe ich bereits momentan. Ja, ist halt echt so, ne. Man weiß irgendwann nicht mehr, was man kaufen soll. Hä, in wel... Wo... Hä, wo sind denn die Skills? In dem ganz großen Haus, in dem du gerade drin bist. An dieser Bank. Ich habe die Bank nicht gesehen. Lol. Okay. Ähm, Schadensreduktion. Wo, wo, was ist das genau? Ähm, Moment. Ähm, bei Relikte. Ah, Relikte, okay. Mhm. Welches? Ähm, Moment, ich muss gucken, bei dir im Stream, weil du draufklickst. Äh, Gämpfs Segen heißt das. Ja, damit. Wunderbar. Ja, wie gesagt, das sorgt dafür, dass du ab und zu halt, ähm, überhaupt keinen Schaden bekommst. Okay, das ist gut. Bin ziemlich zufrieden damit bisher. Das ist genial. Ich habe neue Talismäer im Manner. Im Manner. Ja, da habe ich mir letztes Mal auch schon alles ausgerüstet, was ich wollte. Ich bin halt komplett gegangen auf Schaden so gesehen. Und auf Ausdauer. Deine Schadensresistenz wird erhöht, während du bei guter Gesundheit bist. Hm. Hm. Was habe ich denn jetzt gerade drin? Jetzt, hörte, habe ich Blink. Letzter Stand. Sehr und größere Schlagkraft drin. Mhm. Ich finde meine Kombi eigentlich ganz okay. Ich lasse das mal so. Mhm. Oh nein, wie süß. Was? Ich habe Schmetterlinge. Über mir. Ah, ja. Durch den, ähm, durch diese Maske um mal auf hat er jetzt wollen, schützt. Süß. Ich bin jedenfalls schon dort. Oh Gott, Voldy, Dankeschön für deinen Host mit einem, mit einem Viewer. Oh Gott, Dankeschön. Meine, äh. Hi, Voldy. Der Singebander. Ja, wie geht's, wie steht's, was gab's zu essen? Um Gottes willen, was gab's denn heute zu essen? Ich habe mir ein Crepe gegönnt. Sogar zwei. Mhm. Dann habe ich mir Kaltegemüse gekocht und ein bisschen mit Gemüsebrühe gewürzt und gegessen. Ähm, und eben gerade noch, ähm, ein bisschen Erdbeeren und... Was war das andere Ananas? Mehr nicht. Mehr, mehr habe ich nicht gegessen, Voldy. Sei froh, dass mein kurzer Gesicht jetzt gerade nicht gekickt hat. Ich esse generell nicht gerade sehr viel in letzter Zeit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich esse trotzdem viel. Ich, ich, verwirrung. Du, was wolltest du gerade sagen? Du bist beim Sumpf, ich jetzt auch. Genau, ähm, ich würde sagen, die Quest von Vorsa ist am nächsten bei uns dran und liegt auf dem Weg, also könnten wir eigentlich machen. Nein, erst meine Dinge zu holen. Okay, okay, dann... Das ist jetzt gefährliches Gebiet. Guten Tag. Okay, ich sehe dich. Alles klar, dann folge ich dir einfach. Du gehst vor. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, wir müssten im Prinzip hier rechts runter jetzt. Also hier rechts, genau. Ignorier das Vieh. Ja. Scheiße. Wihihi. Äh. Pumpel, Alter. Habt ihr denn für Probleme mit uns, ey? Loh, da liegt was. Moment. Ui. Der hat mich fast getroffen. 2 Meter neben mir. Hier liegt was. Oh ja. Hab ich schon. Hab ich das übersehen? Das frag ich mich auch. Wurzeln. Sehr schön. Okay, also in der Richtung, wo ich gerade hingucke, ist das. Du weißt doch, was ich noch wurde. Genau, du müsst erst mal hier runter. Oh. Heilige. Oh Gott. Ist er tot? Ja. Ja. Okay, dann durch den Subdusch. Irgendwas greift uns noch an. Ja. Schmeißt irgendwas nach uns. Okay, schnell weg. Ich kann irgendwie nicht rennen hier drin. Ja, same. Ah, okay. Jetzt. Jihihi. Schnell weg. Okay, wir können weg. Oh Gott. Jetzt wird sie doch noch angreifen, oder was? Die arme Spinne. Die verteidigt doch nur ihr Revier. Wir hätten sie in Ruhe gelassen. Sie hat was droppt. Aha. Schnell weg. Gesprengte Kürze. Dafür bitte zurückgerannt. Von hier aus mussten wir hier hoch jetzt. Oh lol. Wie ging denn das nochmal mit den Speeren, ne? Genau. Wie habe ich denn nochmal ausgerüstet mit Ehe? Oh Gott, oh Gott. Das ist mir zu viel hier. Warte, wo ist denn das? Ach, da hinten. Hier oben. Ich hoffe, ich treffe von hier aus. Sieht aber nicht so aus. Lull. 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 Ich geh mal ein bisschen näher ran. Lull. Also treffen konnten wir auch schon mal besser. Ja, danke. Komm ich auch. Navigierst du? Ja. Er zu hoch. Hab's. Perfekt. Perfekt. Wundervoll. Gut, dann von hier aus hier hin. Oh, warte mal. Was müssen wir machen? Was meinst du? Oh, wir haben doch noch was aufgaben für morgen, glaube ich. Egal. Na ja. Na, war mein. Okay. Okay. Hull. Da unten stehen welche. Ich attackier die mal. Weg damit. Weg mit dem Schmutz. Push. Weg sind sie. Weg mit dem Schmutz. Weg mit dem Schmutz. Hui. Los kamen die Hunde. Oh, ist auch noch einer. Die wuffelt. Hm. Die stinkende wuffelt. Ja. Ja, da unten sind sie schon, da unten kommst du schon angerannt. Hier noch einen Speerwerfer. Hier sind die Waubaus. Die Panzer-Waubaus. Echt, ey. Keine Ausdauer? Ja, ich auch nicht. Ich attackiere trotzdem, irgendwie. So, sehr schön. Okay, dann hier durch die Höhle durch. Wenigstens weiß einer von uns noch den Weg. Hm? Ah, in der Höhle waren ja auch noch ganz, ganz viele miese Typis. Ja. Oh, die habe ich geschnappt, du musst mich... Ich hole die schon. Also, ich attackiere aber irgendwie... Okay, ich bin down. Ich muss mich dringend heilen. Sehr, sehr dringend. Von den fetten hier. Ich gehe ignorieren. Ich mache mal einen Snap, dass ich live bin, Lul. Hm? So, ich glaube, ich habe alle. Da ist noch einer. Das war gar nicht so easy. Gott, ich bin noch gar nicht fertig. Äh, uff. Zack, zack. So. Perfekt. Okay, weiter geht's. Mhm. Das ist gut gemacht. Ja, ne? Mhm, ja. Kanidchen, Kanidchen, Kanidchen. Ich bin jetzt der verdammte Kanidchen. Habe ich es noch, oder? Ich glaube nicht. Hier ist ein Kanidchen. Nein! Och. Die sind zu schnell. Mhm. Das ist belastend. Ja, okay. Geht nichts. Was für eine Hausaufgabe. Oh, warte. Ich schreibe mal ganz kurz. Hm? 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 Ich kann auch mal die besseren Sperre ausrüsten und gucken, wie die sind, weil die hier leer sind. Ja. So. Oh, hier ist ein Item. Und Fetty. Und 10.000 andere. Mhm. Und das eine Item rennt sogar. Oh Gott, ich muss bescheiden. Okay. Es sind mehrere Items. Hier waren wir noch gar nicht gewesen, ne? Hm, irgendwie nicht, ne? Ja, cool. Sprengelter Pilz. Dafür haben wir gekämpft. Wow. Ey, das sind alles nur gesprengelte Pilze. Ne, mit Asche versetzt er in den Nomadenbalken. Lull. Okay. Das ist eine Zweihandwaffe. Sapiensmoos, alles klar. Gut, war es geordentlich Schaden. Sapienswurzel. Ja. Okay. Schiff versetzt. Sexy. Okay, haben wir alles. Gut, meinst du, ist ein bisschen besser. Da oben ist noch was. Okay, da war es. Da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Da ist ein steiniger Stein. Ein guter Stein. Ich mag Steine. Ich würde das Vieh haben. Mist. Ist schon weg. Schade. Stein, 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 Stein. Hui, Stein. Sehr schön. Bin aktiviert. Wir müssen hier runter erstmal. Ja, ja, okay, rennen. Ja, weil, ähm, hier müssen wir auch lange, um die andere Quest zu machen. Wo bist du? Ach da. Hinter dir. Ja. Okay, wie gesagt, du musst jetzt, ähm. Ja, warte kurz, meine Hand juckt. Meine Hand gelenkt. Alter, es juckt. Hi, da kommt einer auf mich zu. Hi, geh weg. Ich mag dich nicht. Nein, du musst dich nicht attackieren, komm. Er rennt weg. Warte, das Vieh hat was getroppt. Ein Pilz, okay. Wie fies bei mir hat es nichts getroppt. Ja. Ach ja, jetzt kommen die hier. Ja, die Ritter, die ist ein bisschen übel. Die Schildtypis. Mhm. Die hässlichen. Ja, hier hinter uns waren auch noch welche, ne? Mhm. Vielleicht mach die hinter uns. Ich versuch den Dicken zu machen, aber irgendwie, ähm, will er nicht. Ach doch, es ist down. Sehr gut. Okay, sehr gut. Sehr schön. Die hinteren sind auch down. Sehr schön. Perfekt. Hier hinten ist mein Ding jetzt. Mhm. Warte, ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, doch. Ja, ja. Wir sind schon richtig so. Mhm. Hier, hier, hier liegt es. Okay. Hi, 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 hi. 67.000. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ey, ey, nee, geh weg. Ja. Wie der denn, ja? So, ähm, hier war noch ein Item hin. Ich glaube, ich wollte die ganze Zeit dich angreifen. Ups, ey. Ich glaube, hier hinten müsste das sein noch. Bist du? Ach, da bist du. Ja. Mhm. Bei dir nicht mehr, oder wie? Ines hat ich geholt gehabt. Okay. Alter, das Viech im Wasser, ey. Das ist, äh, diese eine Tussi da. Mhm. Oh, warte mal. Jetzt mal kurz was gucken. Oh, fetter bei mir. Das ist die, die, äh, Borsa uns mal gezeigt hatte. Wo wir Borsa aufgegabelt hatten. Wo bist du denn schon wieder? Renn doch nicht vor. Wie soll ich da jetzt hinkommen, hä? Äh, über die Mauer springen. Ach so, ach, meine Güte. Lässt du diesen Otter wohl in Ruhe. Scheißding. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich hab was getroppt. Oh, das ist Coria-Menge. Sehr sexy. Wie? Mein Glückwunsch. Da hinten liegt noch was. Hier ist auch noch was. Alles klar. Ja, eine Wurzel. Und hier. Hier hatte ich auch schon. Mhm. Okay, da durch. Mhm. Da hinten liegt was. Lass mal die Karte checken. Hier ist keine Quest mehr. Wir können trotzdem gucken, was hier noch alles ist. Ja. Ja, hier drüben noch was. Mhm. Ich seh's. Oh, guck mal. Da kommen sie schon. Oh, die wollen spielen. Toll. Ja. Feier ich. Ui, toll. Äh, hielst du dich mal bitte? Hab schon. Hier ist noch ein Item versteckt. Hier kommen noch welche. Komme. Äh, hier, Item. Da drüben ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Item, weil das wird ziemlich krass beschützt. Mhm. Dann kann ich gleich mal einen Moment die Typen schon mal abwerfen mit den besseren Sperren. Also mit diesen Funkelsperren. Mhm. Ist hier noch irgendwas? Schnell gucken. Ja, hier sind noch Sachen. Müsst du dir eigentlich immer Feinde machen? Weil, der Typ hier oben nervt mich. Ja, den meine ich auch. Den hab ich von beiden schon gehört. Hm? Ich weiß. Hier ist ja auch noch einer, ey. Ja. Hul weg. Öy. Ach, ich bin dritter gestürzt. Alter, der Schrei. Ich hab's gehört. Oh, Speerspitze ist sehr schön. Das ist ein kräftiges Kräften. Wunderschön. Mhm. Das Gute ist, dass wir die Speerspitze mittlerweile auch kaufen können im Lager. Mhm. Da war noch ein Item hinter uns, hast du gesehen, gar? Äh, nee, warte. Gleich, ich sofort. Okay, wo? Wollen wir runtergehen? Das ging, ähm, hier. Und hier lang. Hier war was, genau. Ah, Lul. Okay. Hab ich nicht gesehen. Ah, genau, eine Speerspitze. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir runter zum Fetten. Nee, ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal hier hoch. Okay. Wir waren doch noch nicht fertig. Mhm. Und dann gleich zum Fetten. Alles klar. So Fetty Mac hässlich. Tut mir leid. Mhm. Hier geht's auch nur so einem Fetten, außer wir können hier... Ja, das ist der. Hm? Okay, ich werfe ihn mal ab. Oh, okay. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Ach, egal. Ach, was ein Arschkeks. Ich stelle. Boah, weißt du was? Wir sind schneller, wenn wir da runtergehen. Ja. Oh, Lul, hier ist noch ein Buffy. Und noch ein Buffy. Hübsches Kärchen. Aggressiv, aber hübsch. Mhm. Sorry. Oh, da ist noch was. Ja. Ja. Oh, rote Skoria-Menge. Sehr geil. Mhm. Oha. Oha. Das muss ich anziehen. Oh, ist das hübsch. Mhm. Ist doch ein Schattenschleier. Boah, geil. Oh, sieht das gut aus? Ich sehe schon aus wie, äh, okay, das sag ich jetzt besser nicht on stream. Mhm. Du weißt, was ich sagen will. Ja. Okay, von vorne siehst du schon ein bisschen aus wie das Mädel von The Ring. Mhm. Oh, hier hinten ist doch was. Oh, komm. Oh, sogar zwei Dinge. Oh, große Skoria-Menge. Oh ja, gut versteckt, ey. Große Skoria-Menge und die Wurzel. Lull. Mhm. Okay. Wundervoll. Mhm. So, dann haben wir hier alles, ne? Warte mal, vielleicht ist hier oben noch was. Wir haben direkt die Quest von Jockel übrigens hier. Ja, ich guck mal, ob hier oben noch was ist. Oh Gott. Oh Gott. Nicht runterstürzen. Mhm. Nein, ich glaube nicht. Nein. Ich will sie nochmal planschen sehen. Ach, wie süß. Wie sie da planscht. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ach da. Ja, Mensch. Wie schön sie planscht. Okay, warte kurz. So. Ich hab jetzt mal dieses komische Kreuzwort-Rätsel in die Klassegruppe geschickt. Okay. So. Perfekt. Mhm. Oh Gott. Ich bin grad fast zurück ausgewichen und runtergestürzt. Oh je. Ähm, hier in dem Anwesen müssen wir auf jeden Fall den Malik suchen. Der muss irgendwo hier sein. Ich bin bei einer Schaufel. Mhm. Ich bin glücklich mit meiner Schaufel. Ich bin... Ist auch cool. Ah, hier ist noch was. Bin mindestens so glücklich mit meiner Schaufel wie Rapunzel mit ihrer Bratpfanne. Ich möchte bitte immer noch eine Bratpfanne hier in diesem Spiel haben. Dankeschön. Ja. Wäre schon nice. Hm. Oh, oh mein Gott. Es leckt. Ach du Heilige. Leckt erst Jahrhunderts hier. Und mein... Gesamt... Beide Beine von mir schlafen gerade ein. Eta. Jetzt schreie ich schon wieder. Was soll denn das? Ich nehme mir erst mal das hier. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Kampf jetzt. Moment, ich werfe dich schon mal ein bisschen ab. Ja, ich mache mit. Warte. Hier sind nur zwei Schelltypen. Hm. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir so kämpfen. Hm. Ich habe die geilsten Schreie, ne? Ja. Im Wasser kämpfen ist gar nicht mehr so geil. Ne. Ich glaube, wie der geflogen ist. Lingonbären? Was für ein Ding? Ja, die kannst du nutzen, um Tränke zu brauen. Ah, okay. Im Lager. Ich glaube, ich habe meine Fläche getötet. Hier, wir müssen Maddie töten. Ja, ich lese das gerade noch. Hm? Okay. Ja. W-w-w-was? Ist ein vertrauensvolles Kind so freundlich. Oh. Sie gab mir ihre Puppe, damit ich nicht traurig bin. Ich habe sie dort gelassen. Oh nein. Oh, du Armer. Ich bin zurückgekehrt, die Stummkopf. Der Schattensteuer verdabt den Schatten des Älchen. Verfluchen uns alle. Oh. Ey, 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 Kumpel. Partnerlook. Okay. Okay, das heißt, das können wir dann abgeben. Ich bin sorry. Okay, dann als nächstes wird es Sinn machen, wahrscheinlich. Da ist die Hauptquest noch nicht. Dann Worsa macht das nächste Sinn. Ja, Worsa. Ja. Okay. Und danach dann bitte... Amara. Nee, ich würde nicht sagen, dass es Sinn macht, den Hauptquest weiterzumachen erstmal, wenn wir auch nebenquests haben. Ach. Aber wir sind einmal hier. Und Amara hat bei dieser Muttertrainen gedönst da so eine Quest. Das ist toll. Und noch, Mann, oh. Schade. Okay, dann machen wir Amara jetzt, okay? Oh, ganz sehr Dank, danke. Wir müssen eh auf den Weg dahin. Wollte ich das letztes Mal schon machen. Hm? Guck mal, hier kannst du Quilterhilfe machen. Nee. Außenrum. Wenn schon auf die altmodarische Art, ne? Hm. Wie zur Hölle bist du denn da jetzt? Was soll denn? Kannst du nicht normale Wege gehen? Was ist denn mit dir? Oh, lol. Hier liegt was. Jetzt kurz den Mann gucken im Streamen. Mann, ey. Loll, wie ich da durchgeklitscht bin. Kannst du nicht normale Wege gehen? Nö. Wie jeder andere normale. Hast du gerade gesagt, da ist ein Gegner und mich antaktiert? Nein. Und jetzt die Wahrheit? Hier ist ein Gegner. Ihr konnt ausgewichen, der Frage, ne? Ihr konnt ausgewichen hier. Lull, ich verrecke hier fast wieder. Läuft. Geh weg. Haben wir alle? Ja. Geht doch. Okay, dann. Du hast gleich glitscht, ey. Was ist denn mit dir? Sind sich meine normale Wege laufen? Nö, der war normal. So, ich wollte Amara noch anwählen. Einer aus meiner Klasse schreibt mich gerade an. Ich soll ihr das Lernblatt fürs Immunsystem mal schicken, bitte. Nachher. Ich kann gerade nicht. Mach schon eine Pause. Was für ein hässiger Gegner. Geh weg. Geht doch. Warte, meine Augenbraue juckt. Hm? Item? Hier ist ein Gegner. Oh. Ich juckst du meine Augenbraue, ne? Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich sterbe fast. Shit, ich bin tot. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich krieg dich wieder hin. Ich krieg dich wieder hin. So, will schon. Ja. Oder ist noch ein Item? So, eine Krille. Kommst du mit? Jo. Kommst du? Kommst du? Mhm. Diese weißen Blumen hier am Feldrand erinnern mich jedes Mal an die Waldgeister aus Prinzessin Mononoke. Hm. Hier sind dezent viele widerliche Dinger. Widerliche. Mhm. Und ein fetter. Oh, 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 lull. Also wirklich fett. Dafür hält er aber nichts aus. Oh, lull, ich bin down. Oh, 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 oh. Ja, will, never mind. Hm. Muss ihn wirklich hier durch? Das ist mir ein bisschen unangenehm hier. Doch, das geht schon. Aber natürlich geht das. Papa. Hui. Oh, stirb. Lull. Was? Oh, noch einer. Stirb, danke. Wo noch einer? Mhm. Ui, toll. Ich sterb. Kaninchen, Kaninchen. Oh, Mist. Ich hab's. Wuhi. Wo genau müssen wir hin? Ähm, Moment. Oh, ja okay, hier vorne. Ohhhh. Warte, warte, warte. Ich mach mal ganz kurz ein Screenshot. Ja. Juhu. Okay, hab ich. Du bist jetzt stärker, Kind von mir. In spirit, in body and in the context. Ja, also bestimmt. Und da geht sie wieder. Schau mit auf. Na. Hä, wo ist sie hin? Weg. Nein. Ich spring hinterher, ja, girl. Ich schwör's dir, aber geh nicht weg. Oh, da unten ist ein Item. Bist du gesprungen? Ernsthaft? Ne, ich bin rausgetappt und dann hat der, ähm. Mh. 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 Warte, ich komm wieder. Nevermind. Wo ist das Item? Äh, unten. Weißt du, dein Jumps sah schon ziemlich episch aus. Mh. Mh. So, ich sag so, ich jump gleich hinterher, girl, aber du schwimmst nicht weg, ne? Und du jumpst halt einfach. Mh. Ich komm wieder hin. Mh, ja. Mh, hier sind Gegner. Oh Gott, nein. Diese XXA-Viecher schon wieder. Schnell weg. Nö, ich kämpfe einfach nicht gegen die. Die sind eh arschlangsam, also von daher. Alles gut. Mh. Ich renne einfach oben. Ich bin jetzt hier oben gespawnt, stimmt. Mh. Ja. So, ich beeil mich. Mh. Mh. Hier runter, ja. Oh, ich hab ein Kaninchen getroffen. Oh, toll. Es hat nichts droppt. Was ist denn sonst gestorben? Also wirklich. Das arme Kaninchen. So, ich geh durch die Höhle durch. Du, ich mach mal ganz kurz eine Pull-Up-Pause, dann kann ich auch meiner Klassenkameradin das schicken, ne? Mhm. Ja, dann würde ich erstmal ganz kurz einen Pausescreen machen. Alles klar. Also, ähm, Leute. Wartet. Wo ist meine Maus? Okay, Lul. Dann hört's so. Ich mach mal ganz kurz eine Pause-Screen rein. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.